So, wir starten hier direkt schon durch mit dem Countdown und im Spiel, hoch, hier müssen noch 5 Pfeile hin, dass das Spiel so einen rechten Lauf nimmt. Ah, der Rollo. Die, der ist genau mit einem Bogen ausgestattet und oben auf der Insel liegen 5 Pfeile. Wer die bekommt, hat einen klaren Vorteil, allerdings darf man nicht auszacht lassen, dass die Sachen auch in Nahkamp. Und der erste hat die Pfeile. Und schießt mir an die Pfeile. Oh, home, you are drunk. Fick dich. Da waren nur noch 2. Und mit dem Bogen ging das auch noch schnell. Darin war ein Sieger, warum das jetzt hier select und ja, keine Ahnung. Geil. Gut, ein kurzes Spiel, ein schneller Sieg, allerdings auch 3 Niederlagen, so wie in jedem Free-Foul-Spiel. Gut, das war's dann auch schon wieder. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Spiel. Gut, das war's dann auch schon wieder. Bis zum nächsten Mal.